Er ist jung, entschlossen und fast blind. Ich sehe nur 5% von dem, was du siehst. Doch das kann ihn nicht aufhalten. Lassen Sie mich zeigen, dass ich es schaffen kann. Nach einer unglaublichen wahren Geschichte. Sieht das nicht verführerisch aus? Sehr verführerisch. Mein Blind Date mit dem Leben im Kino.